So Freunde, heute gibt's Magic Kamigawa Neonis, die Draft Booster und Set Booster. Ich bin auf die gekommen, weil die Vollidioten von Amazon haben ihren Lieferschein hier drauf geklebt und da ist nichts mit spurlos entfernen. Wenn ich das hier abziehe, mache ich definitiv die Folie darunter kaputt und ja, das verkaufe ich so keinem weiter. So ist es angekommen, deshalb habe ich gesagt, mache ich den Scheiß auf und ja, hier ist noch nichtmals was drin. War noch was drin. Sorry, alles gut. Mache ich die so auf. Dazu habe ich noch aus dem Lager Set geholt, die ist voll in Ordnung. So sehen die bei mir aus, so hätte ich die verkaufen können. Keine Kante kaputt, mache ich trotzdem mit auf, weil, ja, ich will mal beides reingucken. Lohnen würde sich wahrscheinlich nicht. Wir hätten nur den Hidetsu Ninja in der Collectors Edition. Aber gut, hier gibt es ein paar Karten, Rosejo, die Wandernde Kaiserin, Tablet of the Mirror Breaker und Otawara. Die sind über 10 Euro wert. Und hier, so sieht das Set-Symbol aus. Crazy. Und das werden jetzt die ersten. Sieht das super fett aus, oder? Gut, wir haben Ende Oktober. Das ist jetzt nichts Besonderes oder Neues mehr. Für mich ist das, wie gesagt, das erste Mal, dass ich diese Karten aufmache. Ich lasse mich einfach mal überraschen. So, dann nehme ich das hier hin. Holt euch was zu trinken, macht es euch gemütlich. Schauen wir mal, hier ist die Rare Farewell. Achso, diese Länder aus der Collectors Edition in Foil. Das sind natürlich auch welche, die ich für mich selber geholt hatte. Hier ohne Foil, Bolk. Hat Janina, will keiner mehr. Okay, ich glaube, hier diese bunten Ardenworks, das ist richtig cool. Ich glaube, ich springe hier eigentlich ziemlich schnell durch. Ich gucke mir keine der Karten mehr genau an. Noch eine Rare. Rare Land Token. Okay, das sind 36. 36, Moment, ich schaue mal eben nach. Ich schaue mal eben nach, wie viele das hier sind. 4 ankommen, okay. Rare Land Token. Wie viel an der Zahl? 36, okay. Set Booster werden nachher 30. Okay, alles klar. Gut. Also, wir haben Ende Oktober. Kartenpreise sind durch die Bank runtergegangen in den letzten, hier ist die Mythic. Und eine Foil, oh, das ist selten. Foil ankommen, so, das muss ich anders sortieren. Token nachher, Land nachher, Mythic hier. Und die Foils mache ich nach oben, alles klar. Dann habe ich schon mal grob vorsortiert, ich werde die gleich alle durchgehen und inserieren. Macht natürlich mehr Sinn, wenn man Mass Opening macht, wenn man ganz viele sortiert und ganz viele einstellt und nicht jedes Mal neu die Karte wieder sucht und den Preis raus sucht. Und das nächste Mass Opening wird sein, das nächste Mass Opening wird sein, Flash and Blood Dynasty am 11.11. Da habe ich einiges vorbestellt. Naja, auch die Preise sind runtergegangen. Ich habe den Preis, zu dem ich vorbestellt habe, es gibt jetzt schon mehrere Stellen. Diese Displays für weniger, aber gut, ich habe mich da jetzt mal, ich nenne es mal verpflichtet, also bleibe ich auch dabei, dann zahle ich halt drauf. Es ist ja nur ein Hobby, ne? Hier gehe ich jetzt auch nicht davon aus, dass es jetzt irgendwie lohnen wird. Noch eine Foil. Aber gut, man gönnt hier sonst nichts. Ja, die Preise sind in allen diesen TCGs runter. Pokémon, Flash and Blood, Magic, Yu-Gi-Oh! You name it. Sowohl die günstigen, als auch die recht teuren Sammelartikel noch eine Foil kommen. Das hier ist interessant, weil ab Rare seht ihr unten die das Magic Symbol. Und die Foils haben das auch nicht. Das bedeutet, die Foil Rare und Mythics werden das haben. Aber ja, nicht jede Karte. So, also der Hype um dieses Set war wegen den Ninjas in verschiedenen Farben, in Neonfarben, dies allerdings dann in den Collectors Displays gab. Hier werden wir das nicht finden. Mit Glück eine der teuren angesprochenen. Rare Foil. Auch nicht die teuerste. So, also, probieren wir nicht komplett komplett aufs Maul zu fallen. Vom Wert her brauchen wir in den Boseu. Ist eine Rare oder die Wandernde Kaiser und die Wandering Emperor. Das ist eine Mythic. So, also die sehen recht cool aus, nur in Non-Foil sind die nichts. wovon ich jetzt überrascht bin, obwohl doch, hier haben schon ein paar Macken. Die Kartenqualität ist in Ordnung. Das letzte Mal, wo ich große Hoffnung und teure Karten bei hatte, war Commander 2. Ich glaube, da war alles kaputt. So, jetzt sind wir beim ersten Drittel durch. Oder sogar schon mehr. Hatte ich da eine runtergezogen? Ist egal. So, das kommt alles weg. Bei Flash & Blood tausche ich gerne noch eure Karten an. Das bedeutet 70 Cent vom Card Market Low ist der Preis, den ich euch gebe. Und dann könnt ihr komplett aus meinem Inventar aussuchen, was ihr wollt. Ich bin dann auch gerne bereit, je nachdem, was es ist, noch einen kleinen Bonus zu geben. Ansonsten Abonnenten. Bei 100 Abonnenten gibt es eine schöne Verlosung. Dann werde ich gute Preise, auch sowas in der Art hier, komplettes Display, rausgeben. 70 haben wir gerade. 30 Leute fehlen noch. Bin noch mal gespannt. Ach, da haben wir sie, die zwei Tests, The Morning Emperor. Fängt bei mir hier, ich gucke mal eben kurz rein, auf Card Market, auf Englisch, aus Deutschland, 29 Euro. Gut. So, der Preis liegt jetzt bei 115 Euro für das Display. Lass ich sie hier oben, lass ich sie unten, nein, ich mach sie nach hier, das ist quasi ein Hit. Ja, 115 Euro, wie gesagt, das würde diese 30 machen, den Braten jetzt nicht so fett, ist aber schon mal schön, die Karte zu haben. Na, Planeswalker war so ein Grund, warum viele, viele Leute damals aufgehört haben mit Magic. Magic reitet sich momentan selber gut in die Scheiße, hier haben wir ein Foil, haben wir ein Foil Land. Ich glaube auch nicht, dass die momentan noch was kosten. Ich könnte jetzt nachgucken, aber das ist irgendwie Zeitverschwendung. Ich lege die mal hier zu den Common, zu den gewöhnlichen Karten. Okay, ansonsten, Fable of the Mirror Breaker ist die nächste Rare, die teuer ist, und Otawara Soaring City. Das sind noch Hits, auf die ich hoffe, die irgendwo was wert sind, die man wieder gut verkaufen kann. Und ja, danach gibt es dann Kaito Shizuki kostet 6, Jin Gitaxias kostet 5,40. Ich gehe nicht, ich habe mich im Vorfeld nicht noch mal schlau gemacht, ich glaube nicht, dass hier Phyrexian Karten drin sind, also mit Phyrexianisch anstatt Englisch. Das ist eine Fantasiesprache, die von Magic eingeführt wurde, weil diese Phyrexian Predators oder Kreaturen halt was ganz Neues sind. Ich hoffe, ich habe keine Foils übersprungen. Das ist irgendwo ein bisschen durcheinander. Also, wenn man hier neben Pack nur Foil hat, dann ist das schon, da muss man schon darauf achten, dass man dann jede auch sieht. Okay, alles klar. Das ist eine coole Karte, muss ich schon sagen. Zustand ist super. Soweit ich sehen kann, alles, inklusive Centering. Ich habe mich gefragt, ob ich nicht alle Karten, oder alle, die so ein bisschen was wert sind, fotografieren und dann bei Card Market mit Foto hochladen sollte. Einfach nur, weil die dann eventuell eher einen Käufer finden. Das ist halt eine Schweine Arbeit. Aber es ist natürlich machbar. Ja. Source Crostery. Das neue Kartenspiel kommt dann doch erst Anfang nächsten Jahres. Wahrscheinlich, hoffentlich. Das werden wir uns dann auch hier angucken. Und sonst, ja, hatte ich kurz angesprochen, Magic reitet sich so ein bisschen in die Scheiße, im Sinne von der Gewinn geht runter, hat aber natürlich damit zu tun, dass der Gesamtmarkt die Leute überall weniger ausgeben für das Hobby momentan, das merke ich auch. Jetzt dann doch, ich hatte einen, der Sommer war okay, und jetzt September, Oktober ganz hart schleppend. Wobei, was interessant zu beobachten ist, ich mache auch die Listen mit den Displaypreisen und auch einzelne Karten der Boden ist erreicht Einzelne gehen auch schon wieder rauf ich hätte gerne mehr Kapital gehabt um jetzt genau einzukaufen sämtliche Sparten durch Einzelkarten oder auch Sealed Produkte weil es echt wirklich richtig günstig ist und es wird wieder dahin kommen wo es war sehe ich deutlich sicherer als zum Beispiel ja weiß ich nicht das kann Leute immer bei Kryptos behaupten hier ist ein Hobby hier wissen wir genau dass da Nostalgie hinter steckt und sich immer jemand finden wird der gerne Kamigabon Dynasty öffnet weil er damit immer seine Drafts gemacht hat das ist ja auch dass die sind Draft Booster die sind eigentlich zum Draften da und vom Wert her ja ist hier nicht so viel drin so wir werden es gleich sehen wir machen ja erst Draft und dann Set auf wir werden dann sehen was der Grund dafür ist dass die Set Poster teurer sind also es sind nur 30 Stück drin und hier weiß ich nicht eventuell ist da in jedem Pack voll ich weiß es nicht mehr ich das mal hier was steht denn hier 16 Karten auf Englisch warum steht das da auf Französisch das ist natürlich Quatsch ein rare oder higher 3-4 ankommen 9-10 kommen und ein land voll mythic borderless planeswalker in weniger als 1% der Booster aha voll mythic borderless planeswalker also den in borderless voll aha Moment klicke ich mal rein die wandering emperor ähm foil ich schau mal hier foil ja filtern da hätte ich auch oben rechts klicken können da steht 37 euro ah nee da muss ich runter scrollen weil borderless ist dann ja wohl eine andere karte genau die wird es in foil geben so wie ich das hier verstehe nö steht da nicht ok ähm dann ist das eine andere version jetzt halte ich euch zwar ein bisschen auf nö hier gibt es keine andere äh doch ich guck mal reprints da voll borderless die sieht komplett anders aus das ist neondine ist die extras die ist nicht in foil die ist in foil etched foil oh mein Gott Freunde warum ist das so ein durcheinander hier ist noch eine alternate art die ist sowieso alternate art hier gibt es eine promo oh man so ich tippe diese weniger als ein prozent traditional foil auf eine repression kann man 33% aller booster also müsste ich hier ähm 12 stück kriegen das hier ist etched foil wenn ich es jetzt gerade sehe glaube ich guck es mir meine nochmal an sind sie nicht ne 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 die sind alle normal foil aber siehen ein bisschen matter aus ok egal was ich klären wollte ist borderless gibt es zwei verschiedene ich mein Gott weiß es nicht ja ich gehe davon aus das ist die ab 113 euro aber die chance ist sowieso total gering insbesondere dann die zu kriegen das ist auf jeden fall die normale das ist keine alternate art da kein grund zur panik ruhig weiter atmen werden noch keine das war der größte hit das sind 30 euro bei den foils das glaube ich nicht das arg teuer ist ansonsten das macht mir ähnlich um irgendwie plus zu machen expected value ist hier niedriger als der einkaufspreis sonst wird es immer noch jeder öffnen und eins verkaufen ich habe die zeit dafür ich gebe mir das gerne die sieht echt gut aus guck mal hier bambi ha ok so weiter geht's hier ist noch eine foil bin ich mal gespannt ob ich 12 foils bekommen werde 24 6 8 9 nee das haut nicht hin sind das hier 5 2 4 6 oh 11 das haut ja wohl doch hin fehlt nur noch eine dann halten die das auch ziemlich genau kaito shizuki wie angesprochen normale edition also ab 6 euro die kommt hier daneben ja das war die letzte voll alles klar Boseo als rare nicht gefunden favor of the mirror breaker und otawara auch nicht gefunden so der stapel wird momentan ein bisschen sehr groß also dieser ganze bulk das ist heftig viel aber gut es ist ja für einen draft gedacht da zockt man mit allen karten so rare land token eine einzige normal nee quats sorry ich bin behindert 3 mythic sind das da war nichts besonderes bei kura steht bei mir hier ab 1 euro 20 das ist dann natürlich irgendwie schade irgendwie schade aber war so zu erwarten ich wusste nicht dass die voll lands hier drin sind so wie in den collector boosters in jedem booster ok so vorletzte nochmal hier die zu konsumms all das ist der ab 3 25 drin obwohl man muss gucken welche sprache man muss gucken aus welchem land ich kriege sie wahrscheinlich für ein wenig mehr verkauft als für 3 25 aber normalerweise bei flash und blatt ist es so klein viel macht auch Mist und da geht es dann echt drum um die ganzen rares und foils und 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 ich weiß nicht ob das hier überhaupt noch abnehmer findet hier ist noch ein ist das was besonderes weil es so schwarz ist ich weiß es nicht land spirit 2 4 6 warum haben wir so viele foils 8 10 12 14 ok in cries infiltrator werde ich mal ganz kurz nachsuchen bevor wir dann set booster aufmachen inquires infiltrator ne die sieht ganz normal so aus und die gibt es in foil ab 2 cent die ist wirklich gar nichts wert alles klar nichts besonderes so ich stelle mal eben den comment stab hier weg bevor da was passiert und die hier durch die kante fliegen 20 min durch das war ein bisschen länger jetzt jetzt mache ich setbooster im nächsten video auf so mache ich das bis dahin mache ich beide jetzt an einem tag bis gleich